Das Einzige, was schwierig sein würde, ist mit der Kettensäge. Aber das andere mit dem Seitenschneider und mit dem Traktor könnte ich, glaube ich, schneller sein und der Sensor mehr Fläche abziehen. 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR